Jede Woche neue Hörbücher auf unserem Kanal. Abonnieren Sie unseren Kanal, klicken Sie auf die Glocke und erzählen Sie Ihren Freunden von uns. Unter unseren Abonnenten verlosen wir wertvolle Geschenke. Für Details sehen Sie die Beschreibung. Kapitel 1 Das Gute ist der Feind des Besten Das Schlimme am Tod ist die unbefriedigte Neugier. Beryl Markham, westwärts mit der Nacht. Das Gute ist der Feind des Besten. Das ist einer der Hauptgründe, warum es so wenig wirklich Herausragendes gibt. Wir haben gute Schulen, aber keine Spitzenschulen. Wir haben auch eine gute Regierung, aber keine Spitzenregierung. Nur wenige Menschen führen ein Spitzenleben, weil es so leicht ist, sich mit einem guten Leben zufrieden zu geben. Die meisten Unternehmen werden allein deshalb nie zur Spitze gehören, weil es der Mehrzahl von ihnen gut geht. Und genau das ist ihr größtes Problem. Mit aller Schärfe erkannte ich dieses Problem 1996 beim Abendessen mit einer Gruppe von Wirtschaftsleuten, die über die Leistungsfähigkeit von Organisationen diskutieren wollte. Bill Meehan, der leitende Direktor von McKinsey & Company in San Francisco, neigte sich zu mir hin und sagte beiläufig, Wissen Sie, Jim, wir mögen Ihr Buch Built to Last. Sie und Ihr Co-Autor haben uns mit Ihrer Untersuchung stark beeindruckt. Leider ist das Buch völlig nutzlos. Ich war erstaunt und forderte eine Erklärung. Die meisten Unternehmen, über die Sie schreiben, gehörten immer schon zur Spitze, sagte er. Sie mussten sich nie von einem Guten in ein Spitzenunternehmen verwandeln. Leute wie David Packard und George Merck sorgten von Anfang an für herausragende Leistungen. Aber wie steht es mit der überwiegenden Zahl jener Unternehmen, die irgendwo auf halbem Weg aufwachen und feststellen, dass sie gut sind, aber nicht spitze? Heute weiß ich, dass Meehan mit der Aussage, mein Buch sei nutzlos, übertrieben hat. Im Kern aber war seine Beobachtung richtig. Die meisten echten Spitzenunternehmen waren immer schon spitze. Und die meisten guten Unternehmen bleiben genau das, gut. Meehans Bemerkung erwies sich als unschätzbares Geschenk, denn sie legte den Keim zu einer Fragestellung, die zur Grundlage dieses Buches wurde. Kann ein gutes Unternehmen zum Spitzenunternehmen werden und wenn ja, wie? Oder ist das Leiden daran, nur gut zu sein, unheilbar? Fünf Jahre nach diesem schicksalhaften Abend können wir mit gutem Gewissen behaupten, dass es die Entwicklung zum Spitzenunternehmen tatsächlich gibt. In der Zwischenzeit haben wir auch eine ganze Menge über die Variablen erfahren, die solchen Transformationen zugrunde liegen. Inspiriert von Bill Meehans Stichelei begab ich mich mit einer Forschergruppe auf eine fünfjährige Expedition in die inneren Abläufe beim Übergang von gut zu spitze. Einen schnellen Einstieg in das Projekt bietet Chart 1.1, siehe Anhang. Wir ermittelten Unternehmen, die den Sprung von einem guten Ergebnis zu einem spitzen Ergebnis schafften und denen es gelang, das neue Niveau mindestens 15 Jahre lang zu halten. Diese Unternehmen verglichen wir mit einer sorgfältig zusammengestellten Kontrollgruppe aus Unternehmen, die den Sprung nicht oder nur vorübergehend schafften, ohne das erreichte Niveau halten zu können. Wir verglichen die beiden Unternehmenstypen, um so die entscheidenden und unterscheidenden Faktoren herauszufiltern. Die ermittelten Take-off-Unternehmen zeigen erstaunliche Resultate. Eine Wertpapierrendite, die die durchschnittliche Entwicklung am Aktienmarkt innerhalb von 15 Jahren nach dem Umschwung um den Faktor 6,9 übertrifft. Wir haben uns für den Begriff Take-off-Unternehmen entschieden, wohl wissend, dass Take-off im Deutschen, vor allem in volkswirtschaftlichem Sinn, für ein bestimmtes Stadium der Industrialisierung verwendet wird. Das englische Original, Good to Great Company, lässt sich nicht wörtlich ins Deutsche übernehmen, ohne unbeholfen und unwissenschaftlich zu klingen. General Electric hingegen, von vielen als das am besten geführte Unternehmen der USA am Ende des 20. Jahrhunderts eingestuft, übertraf den Marktdurchschnitt zwischen 1985 und 2000 nur um das 2,8-fache. Hätte man 1965 einen Dollar in einen Fonds aus Take-off-Unternehmen investiert, eine durchschnittliche Entwicklung bis zum Umschwung vorausgesetzt, und gleichzeitig einen Dollar in einen Standardwerte-Fonds eingezahlt, wäre der Dollar aus dem Take-off-Fonds am 1. Januar 2000 471 Dollar wert gewesen, der aus dem Standardwerte-Fonds 56 Dollar. Das sind erstaunliche Zahlen, aber noch erstaunlicher sind sie, wenn man berücksichtigt, dass sie von Unternehmen stammen, die zuvor absolut unauffällig waren. Nehmen wir beispielsweise die Drogeriekette Walgreens. Über 40 Jahre war Walgreens ein durchschnittliches Unternehmen, das in etwa die Vorgaben des Marktes erreichte. Und plötzlich, 1975, scheinbar aus dem Nichts, die Explosion. Die Walgreens-Aktie beginnt zu klettern, immer höher und höher. Zwischen dem 31. Dezember 1975 und dem 1. Januar 2000 schlug der bei Walgreens investierte Dollar den Technologie-Superstar Intel fast um das Doppelte. General Electric um das Fünffache. Coca-Cola um das Achtfache und den Aktienmarkt um mehr als das Fünfzehnfache. Berechnungen von Wertpapierrenditen in diesem Buch stellen die gesamte kumulierte Rendite für einen Investor dar. Dividenden wieder angelegt, Aktiensplitz umgerechnet. Der Aktienmarkt umfasst alle Papiere, die an der New Yorker Börse, der amerikanischen Börse und dem Nasdaq gehandelt werden. Wie um alles in der Welt konnte sich ein Unternehmen, das so lange so unauffällig gewesen war, so sehr verwandeln, dass es einige der bestgeführten Unternehmen der Welt überflügelte? Und warum schaffte Walgreens den Sprung, während andere Unternehmen in derselben Branche und mit denselben Möglichkeiten wie beispielsweise Walgreens-Konkurrent Ackert es nicht schafften? In diesem Buch geht es nicht um Walgreens oder die anderen Unternehmen, die wir untersucht haben, sondern um die Frage, kann ein gutes Unternehmen zu einem Spitzenunternehmen werden und wenn ja, wie? Unsere Suche galt zeitlosen, universellen Antworten, die sich auf jede Art von Organisation anwenden lassen. Unsere fünfjährige Suche bescherte uns zahlreiche überraschende Erkenntnisse, die zum Teil in Widerspruch zu allgemeinen Auffassungen standen. Ein Ergebnis sticht jedoch besonders heraus. Wir glauben, dass fast jede Organisation ihre Leistung grundlegend verbessern und vielleicht sogar zur Spitzengruppe aufschließen kann, vorausgesetzt man wendet das von uns entdeckte Ideengerüst gewissenhaft an. Dieses Buch soll einer breiten Öffentlichkeit vermitteln, was wir herausgefunden haben. Der letzte Abschnitt dieses Einführungskapitels berichtet von unserer Forschungsreise, führt in unsere Untersuchungsmethoden ein und wirft einen ersten Blick auf die wichtigsten Ergebnisse. Im Kapitel 2 beginnen wir gleich mit einem unserer provokantesten Funde, der Level 5 Führungskompetenz. Unerschrockene Neugier Ich werde oft gefragt, woher ich die Motivation für meine aufwendigen Forschungsprojekte nehme. Neugier, antworte ich darauf immer. Für mich gibt es nichts Faszinierenderes, als mich mit einer Frage zu beschäftigen, auf die ich keine Antwort weiß, und nach einer Lösung zu suchen. Es ist ein sehr befriedigendes Gefühl, in ein Boot zu steigen und einfach loszufahren. Wir wissen zwar nicht, was wir finden, aber wir werden es euch sagen, sobald wir zurück sind. Hier nun die Odyssee der Neugier im Schnelldurchlauf. Phase 1 Suche Sobald die Fragestellung feststand, stellte ich eine Forschergruppe zusammen. Das Wir in diesem Buch bezieht sich auf diese Forschergruppe. Sie umfasste 21 Menschen, die in Teams von 4 bis 6 Personen arbeiteten. Unsere erste Aufgabe bestand darin, Unternehmen ausfindig zu machen, die dem Take-off-Muster entsprachen, wie es in Chart 1.1 dargestellt ist. Sechs Monate lang suchten wir nach Unternehmen mit folgenden Grundmustern. 15 Jahre durchschnittliche oder leicht unterdurchschnittliche Aktien-Performance, die schlagartig umschwingt und in den folgenden 15 Jahren die durchschnittliche Entwicklung um mindestens das Dreifache übertrifft. Wir wählten einen Zeitraum von 15 Jahren, um Eintagsfliegen und Glücksfälle zu umgehen. Man kann nicht 15 Jahre lang Glück haben. Und um die durchschnittliche Verweildauer eines Unternehmenschefs, wir wollten echte Spitzenunternehmen von solchen unterscheiden, die nur zeitweise einen herausragenden Spitzenmanager hatten, zu überschreiten. Wir entschieden uns für Faktor 3 der durchschnittlichen Performance, weil wir damit über dem Faktor der weiterhin als Spitzenunternehmen angesehenen Firmen lagen. Ein Nobel-Fonds aus den Unternehmen 3M, Boeing, Coca-Cola, General Electric, Hewlett-Packard, Intel, Johnson & Johnson, Merck, Pepsi, Procter & Gamble, Walmart und Walt Disney schlug die durchschnittliche Aktienrendite im Zeitraum zwischen 1985 und 2000 nur um das Zweieinhalbfache. Aus der Ausgangsmenge aller Unternehmen, die zwischen 1965 und 1995 in der Fortune 500-Liste von Amerikas größten Unternehmen auftauchten, siebten wir systematisch aus, bis elf Firmen übrig blieben. Elf Beispiele für einen Take-off. Einige Aspekte verdienen eine kurze Erklärung. Erstens musste das Unternehmen seine Take-off-Eignung unabhängig von seiner Branche unter Beweis stellen. Folgte die gesamte Branche dem gleichen Muster, war das Unternehmen draußen. Zweitens diskutierten wir, ob wir neben den Wirtschaftspapierrenditen andere Selektionskriterien berücksichtigen sollten, wie etwa den Einfluss des Unternehmens auf die Gesellschaft oder die soziale Stellung der Angestellten. Schließlich entschieden wir uns dagegen, weil wir mit diesen Variablen keine gerechten, vorurteilsfreien und methodisch einwandfreien Selektionskriterien entwickeln konnten. Dennoch geht es im letzten Kapitel um das Verhältnis von Unternehmenswerten zu Firmen, die auf Dauer zur Spitze gehören. Aufgabe dieses Buches ist es jedoch, eine Antwort auf die sehr spezifische Frage zu geben, wie man eine gute Organisation so verändert, dass sie dauerhaft Spitzenresultate erzielen kann. Das Ergebnis überraschte uns. Niemand hätte erwartet, dass der Eigenheimfinanzierer Fannie Mae General Electric oder Coca-Cola schlagen würde oder dass Walgreens Intel aussticht. Diese Liste, eine weniger illustre hätte man kaum zusammenstellen können, erteilte uns gleich zu Anfang eine wichtige Lektion. Auch unter ungünstigen Umständen kann ein gutes Unternehmen Spitze werden. Das war die erste von vielen Überraschungen, die unsere Meinung zu unternehmerischer Spitzenleistung veränderten. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine Neuigkeiten zu verpassen und an der Verlosung teilzunehmen. Phase 2 Verglichen womit Der nächste Schritt war vermutlich der wichtigste des ganzen Vorhabens. Eine Kontrollgruppe für unsere Take-off-Unternehmen musste gefunden werden. Die entscheidende Frage unserer Untersuchung lautete ja nicht, was haben die Take-off-Unternehmen gemeinsam, das sie von den Unternehmen der Kontrollgruppe unterscheidet. Stellen Sie sich vor, Sie sollten herausfinden, was die Voraussetzungen für den Gewinn von olympischem Gold sind. Würden Sie nur die Goldmedaillengewinner untersuchen, würden Sie herausfinden, dass alle Trainer haben. Betrachten Sie aber auch die Athleten von Teams, die noch nie eine Goldmedaille gewonnen haben, würden Sie feststellen, dass auch Sie alle Trainer beschäftigen. Die Fragestellung musste lauten, was unterscheidet Goldmedaillengewinner von denen, die noch keine Medaille gewonnen haben? Wir selektierten zwei Gruppen von Vergleichsunternehmen. In der ersten befanden sich Unternehmen zum direkten Vergleich. Sie gehörten zur selben Branche wie die Take-off-Unternehmen, verfügten zum Zeitpunkt des Umschwungs über vergleichbare Möglichkeiten und Ressourcen, verzeichneten aber keinen Sprung von gut zu spitze. Die zweite Gruppe bestand aus Unternehmen, die kurzfristig in die Spitzengruppe vorstießen, dann aber einen Performance-Knick erlitten. Phase 3 – Im Inneren der Blackbox Anschließend galt unsere ganze Aufmerksamkeit der genauen Einzelanalyse. Wir besorgten uns alle bis zu 50 Jahre alte Zeitungsartikel, die über die 28 Unternehmen erschienen waren. Das gesamte Material gruppierten wir nach Kategorien wie Strategie, Technologie, Unternehmensführung und so weiter. Dann führten wir Interviews mit Managern, die die Take-off-Unternehmen in der Umschwungphase geleitet hatten. Darüber hinaus führten wir eine Vielzahl quantitativer und qualitativer Untersuchungen durch, die von Übernahmen bis zur Gehaltsstruktur der Top-Manager reichten, von Entlassungen bis zum Führungsstil, von finanzwirtschaftlichen Kennziffern bis zur Fluktuation im Management. Als alles gesagt und getan war, hatten wir 10,5 Mann-Jahre Arbeitszeit investiert. Wir lasen fast 6000 Artikel und werteten sie aus, transkribierten über 2000 Seiten Interviewmaterial und erzeugten Dateien von 384 Millionen Bytes. Unsere Bemühungen erschienen uns wie der Versuch in eine Blackbox hineinzuschauen. Jeder Schritt war wie das Einschrauben einer neuen Glühbirne, die etwas mehr Licht in den Take-off-Prozess brachte. Mit den vorliegenden Daten begannen die wöchentlichen Diskussionsrunden. Für jedes der 28 Unternehmen lasen die Mitglieder der Forschungsgruppe einschließlich mir alle Artikel, Analysen, Interviews und das bereits aufgeschlüsselte Material. Ich stellte dem Team ein Unternehmen vor, zog mögliche Schlussfolgerungen und stellte Fragen. Dann diskutierten wir und stritten, pochten auf den Tisch, schrien uns an, schwiegen, dachten nach und diskutierten weiter darüber, was das alles zu bedeuten hatte. Alle Erkenntnisse in diesem Buch sind auf dem Weg der direkten Schlussfolgerung aus dem Datenmaterial gewonnen worden. Am Anfang stand keine Theorie, die wir verifizieren oder falsifizieren wollten. Wir wollten allein anhand von Beweisstücken eine Theorie von Grund auf neu schaffen. Das Kernstück unserer Methode war der systematische Vergleich von Take-off-Unternehmen und den Unternehmen der Kontrollgruppe. Immer auf der Suche nach dem Unterschied. Wir machten uns gesonderte Notizen über Hunde, die nicht bellten. In dem Sherlock Holmes-Klassiker Silberstern findet der britische Meisterdetektiv in dem komischen Verhalten des Hundes in der Nacht den entscheidenden Hinweis. Es stellte sich heraus, dass der Hund eigentlich nichts getan hat, aber genau das ist es, was Holmes so sonderbar findet. Wenn der Hund nicht gebellt hat, muss der Hauptverdächtige jemand sein, den der Hund gut kennt. In unserer Studie erwies sich das, was wir nicht fanden, Hunde, von denen wir erwartet hätten, dass sie anschlugen, es aber nicht taten, oft als einer der besten Hinweise auf die Funktionsweisen im Inneren der Blackbox. Wenn wir eine neue Glühbirne einschalteten, waren wir von dem, was wir nicht sahen, oft genauso überrascht wie von dem, was wir sahen. Einige Beispiele. Star-Manager, die von außerhalb geholt wurden, um aus einem guten, ein Spitzenunternehmen zu machen, schnitten nicht gut ab. Zehn von elf Take-off-Firmen-Chefs stammten aus dem Unternehmen selbst, während sich Unternehmen der Kontrollgruppe sechsmal öfter firmenfremde Chefs holten. Ein Zusammenhang zwischen der Vergütung von Managerleistungen und der Entwicklung zum Spitzenunternehmen konnte nicht ermittelt werden. Strategie alleine macht noch keinen Unterschied zwischen einem Take-off-Unternehmen und einem Unternehmen der Kontrollgruppe. Unternehmen beider Gruppen verfügten über klar definierte Strategien und es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass Take-off-Unternehmen mehr Zeit für langfristige Strategieplanung aufwanden, als die Unternehmen der Kontrollgruppe. Die Take-off-Unternehmen konzentrierten sich nicht nur auf das, was sie tun mussten, um in die Spitze aufzurücken, sondern genau auf das, was sie nicht tun und auf das, womit sie aufhören sollten. Technologie und technologischer Wandel spielten bei der Transformation zum Spitzenunternehmen überhaupt keine Rolle. Technologie kann die Transformation beschleunigen, aber nicht auslösen. Fusionen und Übernahmen spielten ebenfalls keine Rolle. Aus zwei mittelmäßigen Unternehmen wird kein Spitzenunternehmen. Die Take-off-Unternehmen kümmerten sich kaum um Change Management, Mitarbeitermotivation und Zielvorgaben. Unter den richtigen Bedingungen lösten sich Probleme wie Bindung an das Unternehmen, Aufstellung, Motivation oder Veränderung von selbst. Die Take-off-Unternehmen hatten keinen Namen oder Slogan, kein Event oder Programm, an dem sie ihre Transformation festmachten. Einige berichteten gar, dass ihnen zum damaligen Zeitpunkt Bedeutung und Umfang der Transformation überhaupt nicht bewusst gewesen wären. Erst später im Rückblick wäre es ihnen klar geworden. Sie schafften einen revolutionären Sprung, aber nicht durch einen revolutionären Prozess. Die meisten Take-off-Unternehmen waren nicht in boomenden Branchen tätig, einige sogar in Krisen geschüttelten. Wir hatten nicht einen einzigen Fall, in dem ein Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt in einer Rakete saß, die zufällig startete. Spitzenleistung ist nichts, was sich einem günstigen Umstand verdankt. Spitzenleistung, das haben wir festgestellt, ist vor allem eine Frage der bewussten Entscheidung. Phase 4. Vom Chaos zum Konzept. Ich suchte nach einem einfachen Weg, um von all den Daten, Analysen, Gesprächen und Hunden, die nicht bellten, zu den eigentlichen Entdeckungen dieses Buches zu gelangen. Dieser Weg erwies sich als ein fortlaufender Prozess, als ein Vor- und Zurück, das Entwickeln von Ideen und ihrer Überprüfung anhand der Daten, eine Überarbeitung der Ideen, Errichtung eines ersten Gerüsts, das unter der Last der Gegenbeweise zusammenbrach und gleich darauf wieder neu errichtet wurde. Diesen Prozess wiederholten wir so lange, bis sich alles in einem kohärenten Konzept unterbringen ließ. Jeder von uns hat irgendeine besondere Fähigkeit. Ich glaube, meine Stärke liegt darin, mit einer verwirrenden Ansammlung von Informationen zu arbeiten, Muster darin zu erkennen und aus der Unordnung eine Ordnung abzuleiten, vom Chaos zur Struktur. Gleichzeitig möchte ich aber betonen, dass der endgültige Rahmen nicht meine Meinung widerspiegelt, obwohl natürlich auch ich meine Psyche und meine Vorurteile nicht gänzlich aus der Forschungsarbeit heraushalten kann. Sämtliche Ergebnisse der letzten Fassung wurden einem schonungslosen Test unterzogen. Bei den Take-off-Unternehmen ließen sich die Elemente unserer Theorie im relevanten Zeitraum zu 100% wiederfinden, während sie in den Vergleichsunternehmen nur zu 30% vertreten waren. Erkenntnisse, die diesem Test nicht standhielten, wurden nicht mit einem eigenen Kapitel bedacht. Es folgt nun eine Übersicht über alle Theorie-Elemente und ein Vorgeschmack auf die weitere Lektüre. Denken Sie sich die Transformation als einen Anschubprozess, auf den ein Umschwung folgt und dessen drei Stadien und Voraussetzungen wir uns näher ansehen werden. Disziplinierte Mitarbeiter, diszipliniertes Denken und diszipliniertes Handeln. Innerhalb jedes Stadiums gibt es zwei Schlüsselprinzipien, die im Schaubild zu sehen sind und weiter unten erläutert werden. Unsere Theorie ist eingebettet in eine Figur, die wir Schwungrad nennen. Das Schwungrad steht für den Übergangsprozess von gut zu spitze. Level 5 Führungsqualitäten Wir waren überrascht, ja beinahe schockiert, als wir entdeckten, nach welchen Führungsqualitäten eine Transformation verlangt. Verglichen mit profilierten Managern mit starker Persönlichkeit, die Schlagzeilen machen und berühmt werden, scheinen die Take-off-Manager vom Mars zu kommen. Sie sind still, leistungswillig bis zur Selbstaufgabe, zurückhaltend, ja fast schüchtern. Eine paradoxe Mischung aus Bescheidenheit, was ihre Person angeht, und professioneller Willenskraft in allen Belangen des Geschäftslebens. Sie erinnern eher an Lincoln und Sokrates als an General Patton oder Cäsar. Erst wer, dann was. Wir waren davon ausgegangen, dass die Take-off-Manager zuerst eine neue Vision und eine neue Strategie verkünden würden. Das Erste, was sie aber taten, war, die falschen Leute rauszuwerfen, die Richtigen an Bord zu holen und auf die richtigen Positionen zu verteilen. Erst dann legten sie den Kurs fest. Das alte Sprichwort, Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital, erweist sich als falsch. Das wichtigste Kapital sind die richtigen Mitarbeiter. Der Realität ins Auge blicken, ohne den Mut zu verlieren. Ein ehemaliger Kriegsgefangener konnte uns mehr über den Weg an die Spitze verraten, als die meisten Bücher über Unternehmensstrategie. Jedes Take-off-Unternehmen machte die Erfahrung des sogenannten Stockdale-Paradox. Man muss den unerschütterlichen Glauben besitzen, dass man sich am Ende durchsetzen wird. Ganz gleich, welche Schwierigkeiten sich einem in den Weg stellen. Gleichzeitig muss man aber die Disziplin haben, den Realitäten der aktuellen Situation ins Auge zu sehen, egal wie unerfreulich sie sind. Das Igel-Prinzip. Die drei Kreise. Der Weg von Gut zur Spitze verlangt nach einer Befreiung vom Fluch der Kompetenz. Nur weil man etwas Jahre oder Jahrzehnte lang getan hat, nur weil etwas zum Kerngeschäft geworden ist, heißt das noch lange nicht, dass man darin der Beste werden kann. Und wenn man das erkannt hat, darf dieses Kerngeschäft niemals zur Basis eines Spitzenunternehmens gemacht werden, sondern muss durch ein einfaches Prinzip ersetzt werden, das von einem tiefen Verständnis Dreier sich über Schneiden der Kreise zeugt. Kultur der Disziplin. Jedes Unternehmen hat eine Unternehmenskultur. Manche besitzen Disziplin, aber nur wenige haben eine Kultur der Disziplin. Wenn die Mitarbeiter Disziplin haben, braucht man keine Hierarchie. Wenn das Denken diszipliniert ist, braucht man keine Bürokratie. Wenn man diszipliniert handelt, braucht man keine übertriebenen Kontrollen. Verbindet man eine Kultur der Disziplin mit einer Ethik des Unternehmergeists, erhält man die Zauberformel für Spitzenleistung. Technologie als Beschleunigungsfaktor. Take-off-Unternehmen setzen Technologie nie als zentrales Mittel zum Anschub von Transformationen ein. Dennoch sind sie paradoxerweise Pioniere, was den Einsatz sorgfältig ausgesuchter Technologien angeht. Technologie alleine ist also kein primärer, ursprünglicher Grund für Aufstieg oder Niedergang. Schwungrad und Teufelskreis Wer eine Revolution auslöst, dramatische Change-Programme und Restrukturierungsmaßnahmen durchführt, wird den Sprung in die Spitzengruppe mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht schaffen. Unabhängig vom Endergebnis lässt sich sagen, dass die Transformation in keinem der Fälle auf einen Schlag bewältigt wurde. Es gab keine durchschlagende Einzelmaßnahme, kein gigantisches Programm, keine großartige Innovation, keinen plötzlichen Umschwung, kein Wunder. Der Prozess ähnelt eher einem riesigen Schwungrad, das sich immer in dieselbe Richtung dreht und mit jeder Umdrehung an Schwung gewinnt. Ironischerweise erscheint mir der Weg zu den Besten heute nicht als Fortsetzung, sondern als Vorläufer von Build to Last. In diesem Buch geht es darum, aus einem guten Unternehmen ein Spitzenunternehmen zu machen. In Build to Last beschäftigte mich die Frage, wie man aus einem Spitzenunternehmen mit Spitzenresultaten ein dauerhaftes Spitzenunternehmen mit Ikonenstatus macht. Um diesen letzten Schritt erfolgreich zu tun, braucht man zentrale Werte und Ziele, die sich nicht im Geldverdienen erschöpfen und eine Grunddynamik, die den Kern bewahrt und die Weiterentwicklung fördert. Sollten Sie mit den Prinzipien von Build to Last bereits vertraut sein, stellen Sie Ihre Fragen bezüglich des spezifischen Zusammenhangs zwischen den beiden Studien bitte erst einmal zurück. Im letzten Kapitel komme ich auf die Fragestellung zurück und setze die beiden Studien zueinander in Beziehung. Die zeitlose Physik des Take-offs. Kaum hatte ich meinen Vortrag vor einer Gruppe von Internetmanagern beendet, war schon eine Hand oben. Werden Ihre Ergebnisse auch für die New Economy gelten? Müssen wir nicht alles Alte über Bord werfen und bei Null anfangen? Eine legitime Frage, denn schließlich leben wir in einer Zeit dramatischen Wandels. Sie wird mir so oft gestellt, dass ich gleich zu Beginn darauf eingehen möchte, bevor wir uns an die wesentlichen Inhalte des Buches wagen. Die Welt verändert sich und wird nicht aufhören, sich zu verändern. Aber das sollte uns nicht dazu veranlassen, der Suche nach zeitlosen Prinzipien abzuschwören. Gehen Sie einmal so an die Sache heran. Während sich die zum Einsatz kommenden Techniken weiterentwickeln und verändern, bleiben die Gesetze der Physik relativ stabil. Ich begreife unsere Studie als eine Suche nach zeitlosen Prinzipien, nach der immerwährenden Physik großer Unternehmungen, die ihre Wahrheit und Bedeutung behalten werden, ganz egal, wie sich die Welt verändert. Natürlich wird sich die spezifische Anwendung, die Technik verändern, aber einige unabänderliche Gesetze der organisierten menschlichen Tätigkeit, die Physik, werden erhalten bleiben. Die Wahrheit lautet, es gibt nichts Neues in der New Economy. Haben nicht auch die Menschen, die die Erfindung von Elektrizität, Telefon, Auto, Radio und Transistor miterlebten, dies als den Beginn einer neuen Wirtschaftsordnung empfinden müssen? Und in jeder Neuauflage der New Economy haben die besten Unternehmensführer mit Strenge und Disziplin an bestimmten Prinzipien festgehalten. Einige werden mir entgegenhalten, dass Ausmaß und Geschwindigkeit des Wandels heute größer und höher sind denn je. Wahrscheinlich haben sie recht. Aber einige Unternehmen aus unserer Take-off-Gruppe sahen sich einem Wandel ausgesetzt, der dem Wandel in der New Economy alle Ehre macht. So wurde beispielsweise zu Beginn der 80er Jahre, als die Deregulierung mit voller Wucht einsetzte, das gesamte Bankwesen in nur drei Jahren grundlegend transformiert. Das war der Beginn der New Economy im Bankwesen. Und dennoch schaffte es der Finanzdienstleister Wells Fargo unter Berücksichtigung der in diesem Buch aufgedeckten Regeln Spitzenresultate hervorzubringen. Beim Hören der nachfolgenden Kapitel sollten Sie immer eines bedenken. In diesem Buch geht es weder um die Old Economy noch um die New Economy. Es geht noch nicht einmal so sehr um die Unternehmen, die erwähnt werden oder um Business per se. Es geht ausschließlich um eins, die zeitlosen Prinzipien des Take-offs. Es geht darum, wie man aus einem guten Unternehmen ein Spitzenunternehmen mit nachhaltiger Spitzenleistung macht. Auch wenn es Sie überrascht. Ich verstehe meine Arbeit nicht vorrangig als Analyse von Wirtschaftsvorgängen. Deswegen begreife ich dieses Buch auch nicht als reines Wirtschaftsbuch. Ich verstehe meine Arbeit als Entdeckung und Beschreibung der Funktionsweisen von dauerhaften Spitzenorganisationen. Die grundlegenden Unterschiede zwischen Gut und Spitze, zwischen Mittelmaß und Höchstleistung erregen meine Neugier. Dass ich mir dafür gerade Unternehmen ausgesucht habe, ist eher ein Zufall. Sie sind bloß ein Mittel, um Einblick in die Blackbox zu bekommen. Allerdings bieten Aktiengesellschaften als Studienobjekte zwei große Vorteile. Eine weithin akzeptierte Definition von Erfolg, wodurch sich ein objektives Prinzip für die Selektion der Untersuchungsgruppe ergibt und eine Menge leicht zugänglichen Informationsmaterials. Das Gute ist der Feind des Besten. Dies gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern ist ein allgemein menschliches Problem. Wenn wir den Code für die Transformation von Gut zu Spitze knacken, sollte dies für jede Form von Organisation von Nutzen sein. Aus guten Unis könnten Spitzenunis, aus guten Zeitungen Spitzenzeitungen, aus guten Kirchen Spitzenkirchen, aus guten Ministerien Spitzenministerien werden. Und schließlich könnten auch aus guten Unternehmen Spitzenunternehmen werden. Ich lade Sie also ein, mich auf eine intellektuelle Entdeckungsreise zu begleiten, auf der wir erkunden werden, was es heißt, etwas Gutes in etwas Großartiges zu verwandeln. Ich möchte Sie auch bitten, zu hinterfragen und zu überprüfen, was Sie erfahren werden. Einer meiner Lieblingsprofessoren brachte es einmal so auf den Punkt. Die besten Studenten glauben ihren Professoren nicht einfach so. Da hatte er Recht. Und er fügte hinzu, man darf die Fakten nicht zurückweisen, nur weil einem nicht gefällt, was Sie nahelegen. Ich unterbreite Ihnen die folgenden Kapitel zum Nachdenken, nicht zur unkritischen Übernahme. Vielen Dank fürs Zuhören. Das ganze Hörbuch finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Um an der Verlosung teilzunehmen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren, dieses Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen.